Ich habe noch das ein oder andere Video. Warte, ein Video muss ich noch ganz kurz angucken, weil Shamina das wieder sehen wollte. Shamina hat sich im Kunstleistungston angemeldet und sie meinte, ey, lass doch mal in das Video reingehen, weil ich da eventuell noch was lernen könnte bei dem Video. Video, ich kenne das nicht, also ich bin jetzt auch nicht im Kunstton dabei. Video heißt Chloe Bellmore Gymnastic Skill. Ist das eine bekannte Turnerin, Shamina, oder was? Ist sie bekannt? Scheint anscheinend eine gute Turnerin zu sein. Video hat auch 1,9 Millionen Aufrufe, I don't know warum. Wir gucken einfach mal rein. Die ist sehr gut, okay. Krass, das war ein siebenfacher Flickflag, oder? Das ist so random, Digga, ich fühle mich auch immer ganz komisch, wenn ich sowas mit euch mache, Chat. Okay, wir lassen es in Zukunft sein, ja.